Du hast ein kleines Handtäschchen mitgebracht. Ja, es ist eigentlich alles besonders an dieser Klatsch, dieser Abendhandtasche. Sie ist von einer Luxusfirma gefertigt worden, von Funclave & Arpels. Sie haben internationale Bekanntheit vor allen Dingen dadurch erreicht, dass sie für gekrönte Häupter und Celebrities Sonderanfertigungen gefertigt haben. Und wir haben hier Canty-Stickerei, das ist Metallstickerei, in Silber sowie in Gold. Und es gibt einen wunderbaren Kontrast zu diesen im Cabochon Schliff geschliffenen Farbedelsteinen, Smaragde und Rubine. Ich wäre bei 4000 bis 6000 Euro. Erster Objekt von Funclave & Arpels in der Serie. 2000. 25. 3000. 35 bei mir. Ich gebe 4000 Euro für die Tasche zu. 4100. Ich habe mir ein Geschäft bezahlt. Sehr gerne. Wunderbar.